Boah ist das, ich hätte gerne ein ganz normales Ticket. Was ist zu heiß? Wir haben es 15 Grad im Bus. So. Dankeschön. Ja der wohnt noch bei Oma oder? Boah ist das heiß, wir haben es 15 Grad im Bus. Was ist mit euch los? Seid ihr bescheuert? Nächste Haltestelle, Hasenacker. Hasenacker. Es gibt Hase zu Weihnachten. Ne, ne. Wolltet was anderes. Bei Hase ist auch gar nicht mal so schlecht. Gott, wenn man die militante Veganerin zusehen würde. Ey, du Pisser. Ich glaube die würde ausrasten. Ja, wer kennt sie nicht, ne. Ja, wir müssen ja hier schließlich nach links ausholen. Ich sehe schon. Darf ich trotzdem fahren, wenn die Ampel grün ist? Oder? Wie ist das jetzt? Ja, wahrscheinlich schon, ne. Ich mache jetzt einfach. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich habe einen Fahrplan. Herrgott. Komm, verpiss dich bitte. Meine Fresse. Ach, hier ist geräumt oder was? Ne, ist klar. Geht das nicht schneller? Der Bus ist so dreckig. Oh Gott. Autos. Warum lenke ich nach links? Alter. Habt ihr das ABS gehört? Das ist lang irgendwie lustig. Uuuuuhh. Nein. Okay, wir sind zu stehen gekommen. Ein bisschen mit drüber, aber sonst. Keine Ahnung, ob man das gehört hat. Aber der war... Geil. Ja. Wenn ihr wisst, dass ich hier gerade sitze. Geil. Keine Ahnung, was es war. Ich habe ja nur gefurzt. Wäre ich mal in die Pause gegangen, bevor ich den Bus ausgewählt habe. Und da sind wir reingefahren. Okay, warte. Das hat keiner gesehen. Okay, scheinbar muss ich irgendwie wenden hier. Oh, was ist denn mit der Bullerei wieder los? Mach doch keine Scheiße hier. Boah. Seid ihr bescheuert? Ihr blöden W***er, ey. Echt? Ja, seht ihr? Äh, Leute, was wird das jetzt? Hä? Es geht hier ab? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Strecke. Ups, da war es schon wieder. Oh ja, ich würde sagen, wir tun echt mal Fernpussimulator. Let's play. Das wäre doch mal was. Ach, die Frames, die gehen hier wieder abartig in den Keller. Ich will mehr Performance haben. Hört auf zu bremsen. Ja, los. Ja, was wird das jetzt? Alter! Oh scheiße, ich hätte abfahren müssen. Kacke! Äh... Ja... Einfach stehen bleiben, sehr gute Idee. Scheiße, hätte er klappen können. Nein. Hahaha. Es sieht so blöd aus. Mit Anlauf. Vielleicht geht's ja mit Anlauf. Ja, es geht mit Anlauf. Hahaha. Es sieht so blöd aus. Hahaha. So, jetzt meckern die Leute nicht mehr. Die haben sich ausgemeckert. Hahaha. Hahaha. Hat auch keiner gesehen, oder? Nö. Ach so fühlen. Ich wünsche dir eine Frage. donde entismo sie ist. Honey, ist